Johann Christoph Friedrich Gutzmutz Auch Gutzmutz oder Gutzmutz war zur Goethe-Zeit ein namhafter deutscher Pädagoge und Mitbegründer des Tünnens, Leben. Gutzmutz wurde am 9. August 1759 in Quedlinburg als Sohn eines Rotgerbers geboren. Er besuchte ein altsprachliches Gymnasium und verließ es als Primus. Als Gutzmutz 14 Jahre alt war, starb sein Vater. Weshalb er neben seinem Gymnasialbesuch eine Hauslehrerstelle bei dem Medikus Friedrich Wilhelm Ritter in Quedlinburg antrat. Er unterrichtete die beiden ältesten Söhne der Familie und konnte damit seinen Schulbesuch finanzieren und die Familie unterstützen. Der früh selbstständige Gutzmutz beschäftigte sich dabei mit den Fragen der Pädagogik. Wobei er sich vor allem an den Schriften des Aufklärers Jean-Jacques Rousseau und dem Pädagogen Johann Bernhard Baseldo orientierte. Mit einem Stipendium des Magistrats seiner Vaterstadt begann Gutzmutz mit 20 Jahren ein Studium an der Ersten Modernen Universität Deutschlands in Halle an der Saale. Dort studierte er von 1779 bis 1782 neben Theologie auch Physik, Mathematik, Philosophie und Geschichte und besuchte auch Pädagogik-Vorlesungen des Philanthropen Ernst-Christian Trapp. Weiterhin eignete er sich die Sprachen Französisch, Italienisch und Englisch an und arbeitete weiter als Erzieher und Privatlehrer der Familie Ritter. Während dieser Zeit übertrug er sein Interesse zur Erdkunde auf den Ältesten der beiden Söhne Karl Ritter, der später ein namhafter Geograf wurde. Zwischen beiden entstand eine lebenslange, väterliche Freundschaft. Nach dem Tod von Friedrich Wilhelm Ritter 1785 begleitete Gutzmutz dessen Söhne in die neu eröffnete Erziehungsanstalt in Schnepfenthal. Dort traf er mit Christian Gotthilf Salzmann zusammen, der seine erzieherischen Fähigkeiten erkannte und ihm daraufhin eine Stelle in seiner Einrichtung anbot. Gutzmutz wurde 1785 feierlich in sein Amt gehoben und behielt es über ein halbes Jahrhundert lang. Er unterrichtete vor allem in traditionellen Schulfächern und übernahm 1786 als Laie die Leitung der Gymnastik. Er fand dort ein von Bäumen bestandener Übungsplatz und eine Repertoire nützlicher Fertigkeiten. Wie sie am Philanthropinum Dessau unter Baselow entwickelt worden sind vor. Gutzmutz erkannte darin ein pädagogisches Defizit und begann mit dem praktisch-methodischen Ausbau. Er führte Leibesübungen und Spiele ein, die er mit Wandern, Gartenarbeit und dem Handwerken verknüpfte. Dies sollte später zum festen Bestandteil des schulischen Lebens in Schnepfenthal werden. Im Jahr 1797 heiratete er die Pfarrerstochter Sophie Eckart aus Bindersleben bei Erfurt. 1798 zogen die jungen Eheleute nach Ibenhain, ein Nachbardorf Schnepfenthalz, und bekamen fünf Söhne und drei Töchter. In Ibenhain beschäftigte er sich neben seiner Lehrtätigkeit und im Rahmen seiner großen Familie mit gärtnerischen und handwerklichen Tätigkeiten. Vier Jahre vor seinem Tod beging Gutzmutz 1834 noch sein 50-jähriges Amtsjubiläum. Zeitlebens war Gutzmutz hochgeehrt für seine vielseitigen Verdienste. Er wurde auf dem Waldfriedhof neben dem ersten deutschen Turnplatz bei Schnepfenthal an der Seite von Christian Gotthilf Salzmann beigesetzt. Wirken Gutzmutz fand von Beginn seiner Tätigkeit an in Schnepfenthal Gelegenheit, sich neben seinen geografischen Interessen mit pädagogischen Problemen zu beschäftigen. Als er sein Amt antrat, wurde ihm die gymnastische Leitung übergeben. Schon als Christian Gotthilf Salzmann 1784 die Erziehungsanstalt gründete, führte dieser die Leibesübungen, die im Dessauer Philanthropinum von großem Nutzen waren, auch in seiner Erziehungsanstalt ein. Anknüpfend an die von Salzmann nach Schnepfenthal gebrachten Anfänge des Philanthropinums, griff Gutzmutz anfangs diese Leibesübungen auf und entwickelte sie weiter. Die Stärken der philanthropischen Reform waren das Erstreben und Erproben neuer entwicklungsgemäßer Methoden. Da Gutzmutz selbst ein Philanthrop war, erkannte er, dass es nicht nur die Aufgabe war, gymnastische Inhalte planmäßig zu vermitteln, sondern vor allem die Jugend an die von der Gesellschaft verdrängten Leibesübungen wieder herangeführt werden müsse. Bevor er die Leitung übernahm, wurden in Schnepfenthal unter anderem folgende, aus dem Dessauer Philanthropin übernommene Leibesübungen praktiziert. Nach dem Takt gehen, in die Wette laufen, mit Vorsicht in die Höhe oder Weite springen, auf einem schmalen Holz Z. B. Über einen Graben gehen, mit ausgestrecktem Arm eins bis mehrere Pfunde tragen, das Spiel mit dem Wohlanden, dem Ball und Ballon, das Baden im Sommer und endlich das Voltigieren. Anführungszeichen. Nach zwei Jahren Tätigkeit von Gutzmutz in der Gymnastik bot sich ein neues Bild. Nun waren folgende Leibesübungen Bestandteil des Gymnastikunterrichts. Wettlaufen, Voltigieren, Springen über einen Graben, Springen über eine Gärte, die nach Belieben erhöht werden kann, forcierte Märsche. Werfen nach dem Ziele, gehen auf dem scharfen Ende eines Brettes, aufheben eines Gewichts mit einem Stabel, Schlittschuh laufen, Schlitten fahren. Anführungszeichen. Bei all diesen Beispielen hat Gutzmutz nicht vollkommen neue Übungen erdacht, vielmehr hat er im methodischen Bereich Neues hinzugefügt. Er strebte nach einer wachsenden Vollkommenheit der Zöglinge und damit verbunden einer Steigerung der Leistungen seiner Zöglinge. In seiner Methode berücksichtigte er die individuellen Voraussetzungen der Schüler. Diese unterschieden sich in ihrer Konstitution und auch im Stand ihrer persönlichen Ausbildung. Gutzmutz erkannte, dass eine sorgsame Abstufung des Übungsprozesses erforderlich war. Er schuf damit einen jugendgemäßen, methodisch gestuften Unterricht nach dem Grundsatz der kontrollierten Leistungssteigerung. Auf die Entwicklung der Leibesübungen hatte er weltweit den stärksten Einfluss ausgeübt, weil er die erste systematisch pädagogisch begründete Leibeserziehung entwickelte. Gutzmutz kann als der erste ideale Sportpädagoge angesehen werden, da er selbst unterrichtete und gleichzeitig schreibend darüber reflektierte. Dabei hat er seine Unterrichtspraxis in den Zusammenhang einer komplexen allgemeinen Erziehungstheorie gestellt und durch seine publizistische Tätigkeit einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Die Wirkung, die Gutzmutz mit seinen Schriften über Gymnastik und Spiele übermittelte, kann kaum überschätzt werden. Vor allem für die Theorie und Praxis der Leibesübungen in Schule und Verein. Gutzmutz empfahl als Pädagoge und als deutscher Patriot der preußischen Regierung die allgemeine Einführung von Gymnastik und Tonunterricht an ihren Schulen, auch als eine Maßnahme der Wehrertüchtigung. Es gelang ihm, das individualistische Leibeserziehungskonzept des Aufklärers Jean Jacques Rousseau auf die Institution der Schule zu übertragen und damit als erster eine bürgerliche Leibes- und Sporterziehung zu schaffen, die klare Ziele und Zwecke vor Augen hatte. Damals galten noch Selbstkontrolle, die Verlagerung äußerer Zwänge in eine innere, beherrschte Haltung. Das individuelle Leistungsprinzip und die Zweckrationalität der Bewegungen als Inbegriff des Bürgerlichen. Gutzmutz war eine Erzieherpersönlichkeit von großer Ausstrahlung und Vorbildwirkung. Er hat Friedrich Ludwig Jahn, der 1807 in Schnepfental Leibesübungen bei Gutzmutz studierte und später als Turnvater Jahn bekannt wurde. Als auch die großen zeitgenössischen skandinavischen Leibeserzieher Franz Nachtgell und Per Henrik Ling wesentlich beeinflusst. Schon kurz nach seinem Tode erhielt er den Ruf Groß- und Erzvater der deutschen Turnkunst zu sein. Sein Wirken war und ist tridischensbildend. Werke, Gymnastik für die Jugend Zu den wichtigsten Werken Gutzmutz zählt unter anderem das 1793 verfasste Gymnastik für die Jugend, welches ihm den Ruf eines Klassikers einbrachte. Dieses war das erste Lehrbuch Körperliche Erziehung, welches Theorie und Praxis vereinte. Dafür reflektierte Gutzmutz die in Schnepfental gelehrte pädagogische Praxis. Er verwarf die Möglichkeit, sein Werk nach Übungszwecken oder gar nach anatomischen Gesichtspunkten zu strukturieren, sondern entschied sich für ein allgemeingültiges System, welches einer praxisorientierten Systematik entsprach. Gymnastik für die Jugend beruht auf dem Grundgedanken, den physischen Verfall der sich modernisierenden Gesellschaft aufzuhalten. Die Idee der körperlichen Bildung und Erziehung sollte in die Schule integriert und das antike Ideal der harmonischen Kräftebildung dem deutschen Zwecke angeglichen werden. Die Erkenntnisse der zeitgenössischen Ärzte spielten dabei für ihn eine große Rolle. Er sammelte physiologisch die ethische Kenntnisse seiner Zeit und schuf daraus ein wissenschaftliches System der Gymnastik. Das Werk erfuhr hohe Resonanz und wurde weltweit in viele andere Sprachen übersetzt und bis zum Jahre 1893 immer wieder neu aufgelegt und plagiiert. Vor allem in Dänemark und Schweden leistete dieses Buch einen wichtigen Beitrag zur Ausdifferenzierung des Sports als eigenständiges soziales System. Da er von den verschiedensten Begründungen und Herleitungen seiner Gymnastik ausging, kann er auch als ein Vorläufer der heutigen Multiperspektivität des Sportunterrichts angesehen werden. Die zweite Auflage des Buches »Gymnastik für die Jugend« von 1804 trug den Untertitel »Ein Beitrag zur nötigen Verbesserung der körperlichen Erziehung«. Dabei zeigte sich, dass Gutsmutz dem Seitgeist der französischen Revolution und der napoleonischen Fremdherrschaft folgte und sich von einem kosmopolitischen Menschenerzieher, Weltbürger und Aufklärer zum deutschen Nationalerzieher wandelte. Er übergab die Neufassung des Werkes dem preußischen Staatsminister von Massow mit der Versicherung, dass seine Gymnastik auch für die unteren Volksklassen bestimmt sei und dazu beitrage, den Körper zum Dienst des Staates zu verwenden. Er nahm in dieser Auflage von 1804 Übungen auf die soldatische Gewehrgriffe und Marschübungen zeigten. Turnbuch für die Söhne des Vaterlandes Durch den damals populär werdenden Gedanken der Wehrertüchtigung durch Friedrich Ludwig Jans deutscher Turnkunst teilferte Gutsmutz diesem nach und schrieb das prägende Werk Turnbuch für die Söhne des Vaterlandes. Ein Auszug aus diesem Buch war der Katechismus der Turnkunst. In diesem Werk überführte Gutsmutz seine Gymnastik in ein väterländisch-soldatisches Tünnen. Dabei ging zugunsten der allgemeinen Wehrerziehung die individuell und rein erzieherische Gymnastik unter. Sonstige Seit 1800 war er der Herausgeber der Zeitschrift Bibliothek der pädagogischen Literatur, die unter verschiedenen Titeln erschien. Unter anderem hieß diese seit 1808 neue Bibliothek für Pädagogik, Schulwesen und die gesamte neueste pädagogische Literatur Deutschlands. Von 1800 bis 1819 erschienen insgesamt 53 Bände unter Gutsmutz-Leitung. Zudem schrieb Gutsmutz das Buch Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und Geistes, in dem sich die erste bekannte Beschreibung der Regeln des Baseball findet sowie sein kleines Lehrbuch der Schwimmkunst. Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und Geistes für die Jugend, ihre Erzieher und alle Freunde unschuldiger Jugendfreuden. Mechanische Nebenbeschäftigungen für Jünglinge und Männer. Elementarbuch für Stadt- und Landschulen. Handbuch der Geografie. Versuch einer Methodik des geografischen Unterrichts. Deutsches Land und deutsches Volk mit Johann Adolf Jacobi. Deutsches Land und deutsches Volk. Ersten Bandes dritter Teil. Verlag von Johann Friedrich Leich. Leipzig 1828. Digital I Say mit J. C. Beutler. Allgemeines Sachregister über die wichtigsten deutschen Zeit- und Wochenschriften. Leipzig 1790. Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und Geistes. Buchhandlung der Erziehungsanstalt Schnepfenthal 1796. Meine Reise im deutschen Vaterlande. Lissa, Breslau, Hirschberg 1799. Gymnastik für die Jugend, Will. Limperth, Dresden 1928. Beschreibung der südamerikanischen Staaten in Vollständiges Handbuch der neuesten Erdbeschreibung. B. D. 1920, Leipzig 1827 bis 1830. Ehrungen. Die höchste staatliche Auszeichnung der DDR für wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Sportwissenschaft und Sportmedizin. Der Gutsmutzpreis wurde nach J. C. F. Gutsmutz benannt. In Quedlinburg gibt es ein Gutsmutz-Gymnasium. Außerdem benannte die Stadt die Gutsmutz-Sporthalle, ein Fußballstadion, eine Straße sowie einen Platz nach ihm. Der hier ansässige Leichtathletikverein trägt den Namen TSG Gutsmutz 1860 e.V. Ebenfalls nach ihm benannt wurde der größte Landschaftslauf Mitteleuropas, der Gutsmutz-Rennsteiglauf im Thüringer Wald. Außerdem gibt es in Jena den SV Gutsmutz-Jena und das Sportgymnasium Johann C. H. R. Frau Gutsmutz, das mit dem FC Carl Zeiss Jena, dem TUS Jena, dem FSC Jena und dem USV Jena eng zusammenarbeitet. Verschiedene Straßen sind nach ihm benannt, jedoch mit teils unterschiedlichen Schreibweisen. Gutsmutz-Straße in Berlin-Steglitz Gutsmutz-Weg in Hamburg-Rotenburg-Sort und Berlin-Westend Gutsmutz-Straße in Hannover und Dresden-Trachau Gutsmutz-Weg in Stuttgart-Degerloch in Essen-Bergerhausen und in Köln Gutsmutz-Straße in Quedlinburg Gutsmutz-Platz in Sömerda Gutsmutz-Straße in Leipzig und Brandenburg an der Havel sowie die Gutsmutz-Halle auf dem Universitätsgelände Leipzig. TSV Gutsmutz-Büren 1907 e. V. In Magdeburg gibt es einen Gutsmutz-Weg sowie ein Gutsmutz-Stadion. In Berlin-Muabit gibt es ihm zu Ehren einen TSV Gutsmutz 1861 e. V. Im Berliner Bezirk Mitte befindet sich die Gutsmutz-Grundschule. Am Wohnhaus von Gutsmutz in Ibenhain, neben der kleinen ehemaligen Dorfkirche, brachte die deutsche Turnerschaft 1861 eine Gedenktafel an. Diese wird zurzeit erneuert und kehrt dann an die Hausfassade zurück. Walt Ershausen beging am 9. August 2009 zu Ehren des 250. Geburtstags von Gutsmutz einen nationalen Festakt in Schnäpfental mit Wandern. Festgottesdienst, Volksfest, Einweihungsfeier und Ausstellungseröffnung 2 0 epidemiologisch 9 10 12 12 14 15 16 16